Mit dem heutigen Tag ändert sich einiges in Wrestling-Deutschland. Wir bieten euch das, was bisher gefehlt hat. Die Sammelstelle für tägliche News, Hintergrundberichte, Podcasts und vieles mehr. Spot on für Spotfight. Wir leben Wrestling. Wir feiern heute das Debüt von www.spotfight.de. Dabei handelt es sich um eine Website, die euch alles bietet, was ihr als leidenschaftlicher Wrestling-Fan braucht. Bei uns gibt es alles. Von täglichen News über kompakte Fakten bis hin zu Hintergrundberichten und exklusiven Formaten. Ihr erhaltet täglich News rund um das große Wrestling-Geschehen. Aus Wrestling-News Deutschland wird der YouTube-Kanal spotfight.de. Die prägnanten News-Videos bleiben. Wir haben sogar einen neuen Sprecher mit ins Boot geholt. Auf YouTube findet ihr in Zukunft aber neben den News ab sofort jeden Sonntag mit 7 Days auch einen zusätzlichen Podcast, der das Wichtigste der Woche für euch thematisiert. Zu diesen gleich mehr. Bei Spotfight erwartet euch eine Vielzahl an exklusiven Formaten. Mit Spotfacts bekommt ihr kompaktes Wrestling-Wissen in Listenform geboten. Mit Spotfight History blicken wir gemeinsam mit euch zurück in die Vergangenheit. Dabei schauen wir auf große Rivalitäten, vergangene Pay-Per-Views und historische Wrestling-Momente zurück. Wir beleuchten das Then in Then, Now, Forever. Das Format Spot5 liefert euch interessante Rankings von den 5 tödlichsten Wrestling-Moves bis hin zu den 5 extremsten Wrestling-Match-Arten. Um die Zahl 5 dreht es sich auch bei unserem Format 5 Bilder. Direkt nach Raw, Smackdown und allen Pay-Per-Views findet ihr bei uns eine Zusammenfassung in 5 Bildern, mit denen wir die wichtigsten Momente der Shows für euch festhalten. Mit Wer ist, trefft ihr bei Spotfight auf ein umfassendes Porträt-Format zu euren Lieblingsstars. Dabei beleuchten wir den Werdegang, das Privatleben und die großen Höhepunkte in den Karrieren der jeweiligen Wrestler. Jeden Montag gibt es außerdem mit den Wrestling-Wochen-Tipps auf spotfight.de drei Match-Empfehlungen für euch. Verborgene Klassiker, sehenswerte Segmente, neue Impulse. Quasi all das, was das Wrestling-Herz begehrt. Das letzte Format, welches wir euch hier vorstellen möchten, ist Brennpunkt Wrestling. Unser Team liefert euch Hintergrundberichte und Kommentare zu aktuellen Entwicklungen rund um die brisanten Themen der Wrestling-Welt. Um den Start von Spotfight gebührend zu feiern, hauen wir direkt zum Start ein Gewinnspiel für euch aus. Wir verlosen 15 Wrestling-DVDs, darunter unter anderem Fight Owens Fight, NXT, From Secret to Sensation und vieles, vieles mehr. Es gibt 15 DVDs, das heißt es gibt auch 15 Gewinner. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Teilt den Post bei Facebook und retweetet den Post bei Twitter. Zusätzlich könnt ihr eure Chancen erhöhen, wenn ihr auf unserer Seite www.spotfight.de einen Kommentar unter dem Gewinnspielartikel schreibt. Für jede Teilnahme landet ihr einmal im Lostopf. Wer also auf Facebook, Twitter und unserer Seite teilnimmt, landet dreimal im Lostopf und hat somit höhere Gewinnchancen. All das auf einer Seite. All das auf www.spotfight.de Wir hoffen, dass unser Angebot euch gefällt und sich die monatelange Planung für euch auszahlt. Auf Patreon könnt ihr das Projekt freiwillig supporten. Außerdem gibt es auch einen Spotfight-T-Shirt-Shop für Wrestling-Begeisterte. Alle Informationen dazu findet ihr bei uns auf der Seite unter der Kategorie Unterstützung. Es gibt derzeit auch schon Pläne rund um eine Spotfight-App. Das ist aber davon abhängig, wie gut die Seite bei euch ankommt. Macht Spotfight zu einem eurer Lesezeichen im Browser. Folgt uns auch gern auf Twitter und besucht uns auf Facebook. Spot on für Spotfight. Wir leben Wrestling. os 駿 gibt es ja